Wann können wir das hier heilen? So. Und plötzlich ist die falsche Kunde. Du siehst die Lampen. Wenn du hoch guckst, siehst du die Lampen. Hier habt ihr eine Falle hingelegt. Pass auf, da liegt eine Falle. Jetzt kommt der Lauf, 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 er wird da hinkommen. Ja Moment, dann wird noch einen kleinen Update für Musco flirten. Nach der ersten Skigarbeit müssen wir zwei Minuten brauchen. Was soll ich sagen? Alle hier, alle. Hier jetzt. Schlimm. Okay, okay, okay. Ich muss halt in Stockhallen. Nee! Ach, das ist ganz normal. Pass auf! Manchmal bufft mir dieser Scheiß immer noch. Lauf! Weg, 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 weg! Komm her, komm her, komm her! Nein! Er tut nicht, er tut nicht! Er rennt halber. Das ist doch gut mit meinem Ding. Mann! Komm her! Ich habe eine Palette geschmissen. Er ist wieder mehr. Wuhuuu! Wuhuuu! Nein! Scheiße! Ich war in der Palette, Mann! Mann! Scheiße, Mann! Das ist fertig von der Bar. Ich war in der Palette. W- Ich darf nicht mal gewuckt werden, Leute. Ich muss mich jetzt zurückhalten. Ah, das riecht zu kund. Was hat er gemacht? Okay, dann sehen wir uns mal richtig gut, Mats. So, ich darf jetzt nicht weg sein. Los bin ich weg. So, dann muss ich noch gucken. Ja, ich weiß nicht noch, Mats. Puh, das Scheiß. Oh, egal. Nein, der läuft schon. Nein, ich glaube, wo ist er meint. Ah, du blöde Hure! Boah! Danke, Baby, den Lauf bekommen. Ah, jetzt hat er mich eh. Vielleicht bin ich eh jetzt weg, Leute. Er kriegt was denn. Ah, Scheiß. Ich weiß nicht. Hörer hier. Ja, ich weiß nicht. Du hast echt gar nichts. Der ist auf dieser anderen Dimension. Und Schilder. Oh, okay, super. Ich bin ein Freund, ich habe so vorgeschrieben, ob es weiterkommt. Mach Jen, mach Jen, bleib weg vom Killer. Du wurdest zweimal gehuckt. Geh, weg. Such dir einen Jen und mach den. Bibi, du kannst dich jetzt einfach irgendwo hinstellen und stehen bleiben. Marcel hat einen Jen. Passt du auf, das ist richtig. Ja. Ja, die ist bei ihr. Die ist bei ihm. Wie macht ihr den? Lurio, mir ist schade. Du bist schon zweimal. Pass auf, sie sind im Haus, sie kommen in das Haus. Nein, das ist nicht bei dir. Genau da. Wieso? Wieso? Ich bin bei dir gebetrieben. Wieso? 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 Bibi, da sind die Woche enforcement extrem enorm. Und nicht zu spика yesterday, da sind die Ge Assassinen. Wieso? Wieso? Oh, sieh, ist mir eine Falle gelaufen. Nein, 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 nein. Nein, nein. Falsche. Da, da. Oh mein Gott, der tat er nicht. Fung. Was kriegst du nicht hin? Was ist denn da? Ich kann einen Kale so machen. Das sind die Hehlbüte. Ich kann die Hehlbüte. Ich kann die zum Beispiel am Anfang vom Kampf heilen, aber wenn die Hehlbüte sind, einfach nicht mehr. Oh, dann fällt es doch der Sinn. Oh, dann fällt es doch der Sinn. Ich kann nicht so schreien, du blöder Huchensohn. Ja, gut, dann. Ich kann nicht so machen. Dann werde ich wieder geprüft. Das ist nicht gut. Es wird mir später wehtun. Ich schulde dir was. Ich meine, ich komme dann heute schon auf die. Nein. Eintreffel den Arsch, mit dem... ...better... ...lady death. Da ging die kann man nichts mehr, aber da wollen die nachscheißen. Die standen ewig kalt auf den anderen, die mit Joda. Wo sind ich vor der Lobby als bei dir beitreten? Von der Schiff auf drei Drecks kannst du von meinem Drecks neu vorbeitreten. Einfach in die Mitte auf das Grote. Ach... Ups, Entschuldigung. Ja. Du... Oh, du bist hier. Drei... Ich rieche dein Parfum so heftig nach. Ich hab's hier im Blick gesitzen. Ich riech... also... Gott. Was ist da? Ich riech... 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 Ich bin auf hier. Okay. Pratt? Ja. 1, 2, 1, 2. Ah ho! Oh! Ja! Na! Lass das denn nicht? Häm. Oh no. Lass mich wieder vergehen. Ähm. Ich glaub du musst in die Place-Technik-Fatien, weil Marcel hört dich sonst nicht. Aus der Lume ich dachte, wie? Von Jalenke oder wie? Äh, ja. Marcel... Marcel? Michael ist doch... Ja, das ist mir schon geschossen. Aber er ist schon zufrieden, weil er nicht erst fertig ist. Warn, heuer ist ja okay. Friendly fire. Ja. Ja. Ich, ich lad sie ein. Wie schlimm ist das? Ich kann sich das einfach umbringen. Ich bin eingeladen. Ja. Ja. Hier das Spiel und in der Wartung. Ja. Hast nicht. So. Na ja, ne? Krat? Ja. Warte, kommen da immer schon raus. Was? Ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. 3, 2, 1, 2... Halt es mir den Rücken drauf! Du hast mich immer alleine aufgestellt. Ich hab mich immer alleine gespielt. Na, du hast mich immer alleine gespielt. Du hast mich immer alleine gespielt. Du hast mich immer alleine gespielt. Putain, Mann, du willst mich verarschen. Ich bin nicht ruhig, dass wir uns mit Absicht leise gestellt haben. Ohhhh. Das ist gemein. Das ist gemein. Also, Hase, ähm... Panda hat das Spiel noch... Schallweil hat das Spiel noch nicht durchgespielt. Die Seite gespielt. Architektur, schallweil. Das ist lokal. Es ist lokal. Das ist lokal. Lokal. Warum lügst du so mit deinen 6.000 Stunden im Spiel? Ja, du... Ich hab... ich hab nur noch drei. Das ist aber schul. Wie viele hattest du auf dem... genau. Wie viele hattest du auf dem PS4? Ja. Ich bin auch gerade genug. Scheiß cool, ne? Ich hab sicher alles gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Ja? Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Oh, abeis. Easy, Zetien. Gut. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, da hast du gesagt, da hast du gesagt. Aber wir haben hier... Ich hab's gesagt. Jaa... Guck, hier. Ich hab's gesagt, du hast wunderbar und die Seite zu machen, sind wir Clicking. Du hast doch angefangen zu arbeiten? Nein, siehst du? Mehr arbeiten! Danke. Ah stimmt, ich muss nicht bleiben. Ich muss bitte stehen bleiben wollen. Nein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum bin ich jetzt erschreckt, Mann? Der war hinter uns! Ich bin echt froh, dass er Marcel genommen hat. Yay! Oh mein Gott! Das stinkt hier einfach von hinten! Ja! Ich... ich... ... Stand neben Marcel! Ich mach den Gen, ich glaub mich an. Ja, ich mein, ist gut, ne? Äh, hast du nicht schon auf den Bildschirm geschreit? Oh mein Gott! Nein, nein, guck an den Taschen. Malweise müsste das auch kritten. Arsch, guter Rang. Wie als Fußring. Ich bin Fußring, um für ihn aufzugehen, Quast gegen den Stand. Ah, der ist gut. Weil der aus dem Fehlchen fähig geht. Und Micha macht einfach den Gen! Bin dabei. Ich glaub jetzt schon. Ich fang mit Marcel. Die Unterkommens entfitteriert. Weiter, guter Rieders. Ja. Autsch. Boah! Das ist sowieso oft Erfahrung. Ich fang mit der Rühe. Micha, Micha, ich mach Hilfe! Wo war's da? Hast du? Ist sie? Das gehörte der Rühe. Aber sie... Losgelassen von mir. Sie war nicht... ...ich mach mir mal. Wie ist sie? Wie ist sie? Du willst ja auch Loot von Tima sehen. Jaja, das steht. Was? Was? Das ist mein Gefühl? Ich glaub, der ist nicht alleine. Ich glaube, ich muss das wissen. Ich bin zu sehr trotz, dass das Konnekt er werden. Was ich noch habe. Ich kriege einen Terminator. Nice. Das ist immer so bei dir. Ich spiele richtig zu spielen. Ich spiele richtig zu spielen. Ja. Weil, ähm, es gibt E-Level, den gibt es am Dach, und es gibt den unten, und es sind auch zwei verschiedene Bussen. Ich bin hinterm Haus irgendwo. Und du kannst dann irgendwie einen Schilder für den anderen spielen müssen, das Spiel nachher spielen. Er hat noch keinen gehoogt. Kannst du einfach mal den gleichen Charakter machen. Oh nein. Okay. Ich kann warten, dass du wohl halt. Er ist mit der Panda. Ach, sie war wohl. Es ist schlecht. Ich bin wie hoch hoch. Ich kann so sein, es kommen noch nicht mehr. Hm, so macht man es. Ich meine, wir sollen sie verlieren. Ich spiele die Schwierigkeit. Du bist mir hoch zu stellen. Äh, du warst halb an, natürlich. Doch, oder? Eigentlich nicht. Danke. Du hast Raum nicht ganz in der Sicht. Nicht 100%. Du hast Tonne Sache an dem Spiel verstoppt. Ich lauf weiter. Ich lauf weiter. Ich lauf weiter. Michi! Ich lauf weiter. Du hast das einfach mal, ich hab eine Menge Charakter wie gesehen. Ich lauf nach ihm, wo ich komplett vertreuert bin. Ich lauf gleich, ich lauf gleich. Ja, wir werden die Star weg. Ich bin los! Priorität.... Ich lauf weiter. Ich lauf, egal. Es hat so angefressen, die Leute. So, ich lauf. Ah, so noch. Ich lauf. Und ich lauf. Versteala. Ich lauf. versuchen wo es nur Nürnberg ja wird ablassen von mich haben und kann auch sein was um Ich müsste die ganze Zeit laufen, dafür kann ich nicht alles anpacken. Nein, 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 nein. War richtig zu groß. Ah, das muss ich. Ich meine, ich muss gleich kommen. Ich werde nur so einen K-Groß. Dann habe ich noch einen K-Groß. Nein, 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 fahre nicht hin, fahre ich schon, Boss. Ich würde nun drüber stehen können oder alles gehen. Warte ist noch etwas zusammen. Das muss man noch suchen. Ich kann nichts mehr tragen. Mal los, dann. Ich meine, Frau Heim. Was ist da? Oh, ich bin jetzt Mundi am Spiel. Oh. Oh. Ich muss nachladen. Was? Das ist so gut, das haben wir doch gar nicht gesehen. Moment, ich muss nachladen. Alle Taschen voll. Das haben wir ohne Fehler. Ich hab den Schill drei Kürze, drei Kürze, drei Kürze, drei Kürze. Es ist kein Platz mehr. Kommt, 90, 90. Ich zieh durch, ich zieh durch. Ich zieh durch. Wo ist das? 98, 99, durch. Durch. Nur taucht seine Tele-Schnitte. Das ist mich. Ich zieh durch. So, dann schnapp's mal. Na ja. Ich geh zum Ausgang. Ich mach den Ausgang auf. Soll ich den Gans aufmachen? Du musst ja auch kommen. Ja. Ist offen. Ich renne drüber, ich würde noch nicht gehuckt. Aber ich schnapp's nicht. Aber ich schnapp's nicht. Nein! Komm, 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 komm vor mich. Ja, mir fuhr aus, ich wüsste. Das nervt mich schon mal. Du bist die ganze Zeit vervollescht für den Mann. Hey! Ja. Ja. Warum? Er wird ihn abpampen. Ja. Ja, komm her. Passt nicht. Na, guck. Na, jetzt kommt er. So, jetzt kommt er. Du, äh, die lötete Schramm ob. Der Tisch, du verbreist keine Hehlung. Äxte. Ja. Keiner wird zurückgelassen, Micha. Ja. Das ist ein guter. Ja, der hat's gesehen. Da muss man looten, naja. Ich steh' den Eindringlicht. Alter, so. Geh' ich raus. Geh' ich raus. Geh' ich raus. Geh' EF Auf! Hat er dich? Oh! Ich bin raus gekrochen. Talisman. Das ist eine gute Sache. Ich bin doch troisch, kennt mich doch, Kuman. Wir haben alles getan. Ich bin mit allerletzter Mühe rausgekrochen. Oh, ich hab zwei Pips bekommen, wuuu. Warte, ich könnte mal ein Gehölkuhl. Michael, wie viele Punkte du gemacht hast. Merci. Oh nein, das können wir nicht. Das passt. Du musst doch nur überziehen. Also, du gesäßt halt immer anhand von den Punkten. Also... So wie ich laut Quart habe, bei mir, haben wir noch nicht den Punkt von wo wir müssen hin. Weil die Gehl wurde entdeckt. Und wenn du es über weiß, in meinem Lachen bist du noch nicht drin. Ah. Ja, ich habe es noch weiß. Beziehungsweise rau ist schwarz. Bibi, macht es dir keinen Spaß? Was? Kein Platz mehr. Ja. Du hast schon heuer die engen Höhen, wo alle guten Leute verbrannt waren. Ich hinter dich. Ja, ja, du warst schon. Nö. 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 Ah, ne? Das ist schon schrecklich für ein Steck. Ja? Okay. Merci. Haha, ich kann auch mit Gayla schwimmen. Tut mir leid, dass du was besseres bist als ich. Meiner Mensch. Nice. Ja, Mac ist ja mein Main. Meine Schwester. Nicht deine. Was zur Hölle ist hier los? Wir gehen durch und fahren. Kann nicht. Gut. Da kommt was. Ich hab sie gesehen. Monster und Dämonen. Weiter badern. Wie ein Beruhigungsmittel. Wie viele Zähne. Ich weiß es nicht mehr. Träume. Furcht. Ich hab so viele Klamotten. Klamotten für sie gekauft damals. Wir sind fertig. Müde. Nicht schlafen. Darf nicht schlafen. Das ist kein Irrenhaus. Weißt du? Es ist ein Gefängnis. Dumm oder so? Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Wait. Boah! tooth on the air. Ja, tja. Ich will halt nicht mehr mit dir spielen. Aber Hei ist doch Hei aus der Prozentdecke. Wir müssen wieder was finden, was wir zusammen zocken können. Oh, danke Hase. Wow, danke. Danke. Aber er spielt das nicht mehr mit mir. Ja. Aiplex. Oh, er geht da drum. Dead Island. Oh Mann, Dying Light. Oh Mann, was hast du da richtig stehen? Alles um uns herum hat sich verändert. Hörsappos. 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 Du musst den ganzen Sorgen auch nicht machen. Du kannst auch heute ein Code aufgehen für Dwarfen zu zählen. Weißt du doch die Geschichte über den Studios, wo wir davor geredet haben. Du bist die Code am Raum. Ach du bist so gegen die Wand gefahren? Nachdem ich einmal nicht genannt wurde, dachte ich mir den. Hast du Dr. Morrow gesehen? Steht bestimmt noch am Punkt. So du bist wieder, du bist wieder der, der, der. Weißt du? Ja, ich bin schon. Exudius hat den Platz wieder geräumt für dich. Ach, also sei ich so. Du warst immer der Erste. Ich weiß, dass du nach dem Haus im Garten einen kleinen Bus killen musst. Guck, ich will nur betonen, Marcel, dass Micha mich sechs Monate lang geghostet hat. Wollte ich nur mal so noch einmal. Du hast mich geghostet. Nein. Okay. Er hat mein kleines kaltes Herz gebrochen, weil er mich gehostet hat. Für eine Frau. Mich. Ich werde sie dir richtig hinbekommen. Nee, ich will das nicht in Ordnung. Verdammt. Das ist überhaupt nicht richtig. Der Alt wohl liegt nicht. Du wolltest schieten. Ja. Nein. Verdammt. Das ist überhaupt nicht richtig. Nein. Nein, hier ist es schon. Verdammt. Das ist überhaupt nicht richtig. Was ist das? Ah, die... Uri, ähm. Willst du? Komm mal, die sind entfangen, die sind schon in der Welt. Boah, die hast du mal base. Ne? Ja, so gesehen, richtig schnell ist es. Sie geht direkt in den Crew-Tail. Ich steck sie nur Kampf auf, was mega schwer zu kriegen. Der hat einen ganzen Stream-Capture. Hat sie noch einen Zwischuss? Ja. Oma, sie sind Oma. Bei Doom, irgendwie. Wo ist sie? Sie ist nicht herbeigekommen. Der ist schon so gerater Schuss. Die Ärzte ist seit Ewigkeiten. Ich hoffe, es geht ihr gut. Alle durch. Ich muss gut hören, weil wir müssen einkehren und den Kopfspuren. Okay. Okay. Oh, ich fülle den Express. Was ist das? Was ist das? Simula... 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 Ah, okay. Der Presse für Herrn Woffe in Obstwerte. Okay. Das ist noch ein Kilo. 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 Du bist sie? Sie ist nicht herbeigekommen. Ich glaub, es macht Sinn. Ich glaub, es ist von mir viel Netzzeug oben zu machen. Ähm, ne. Der hat mein Netz, der wird mal einen Dreamcatcher zu sehen. Oh. Nein! Bleib! Was? Er ist hier schon gut in den Club da, ne? Ich bin bei der Trip. Okay. Was war das? Das war's! Was war das? Ich hab's über den ersten Mal gesehen. Was ist los? Ich hab's nicht mit den E-Gerl-Futter. Ich hab's nicht mit den E-Gerl-Futter. Ich hab's nicht mit dem E-Gerl-Futter... Oh, sie zirkuliert unten, wie man erinnert war. Okay, schön vor mir. Ich krieg's Ballon. Schimmel, schimmel. Nee, ich hab keinen Herzschlag mehr. Etwas... Ich hab Herzschlag. Was ich sah. Lauf, lauf! Was war das? Oh, ne. Ich fang da noch als Schwarze an. Ja gut, den hast du einfach gespawnt. Du schon wieder. Ich lauf hoch! Ich lauf hoch mit ihr. Nein, Entschuldigung! Meine Güte, ja. Danke, fremdlich. Sag mal, er f*** mich. Diese Freundlichkeit nicht vergessen. Ich war ein f***er netter. Dieses inkompetente Pflegepersonal hat sie mir weggenommen, als es mich mundtot machen wollte. Genau das versuche ich herauszufinden. Na, sie ist hier oben. Sie ist in den Fernseher gegangen. Sie ist in den Fernseher gegangen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe wirklich keine Zeit für meine gesamte Lebensgeschichte. Ich muss diese Skulptur fertig. Weil ich verrückt bin, Schätzchen. Ist das nicht offensichtlich? Nein. Nein. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass meine Erbärmung... Das ist eine längere Geschichte. Es war halt also. Oh, p***er. Oh, p***er. Ja. Wir beschützen und trotzen zumindest... Nun, wir müssen sofort... Oh, p***er. In der Tat. Das ist mir schlummert. Oh, p***er. Das ist nur los. Ich bin sofort weg. Runter. So. Wir sind noch nicht fertig, weil hier sind wir nur im Haft. Und du wirst es gesehen, wo können wir hier den Bus machen. Oh, nein. Dann schauen wir noch einmal im Bus. Das ist nicht stark. Oh, seht denn. Seht denn. Zwei Haie an der Hütte. Entschuldigung. Ja, so sieht jeder aus. Ja. Oh, das hat Haie? Ja, die muss man auch holen. Weil der das Pops normal wird. Der hat zwei Pops. Und Lager dort wird sich. Okay. Oh, uff. Lager. Haha. Ah. Ah. Oh, uff. Dreckig! Ah ne ich ja! Gute Schatz. Ich bin so auf die Nervenfrau! Was ist das? Schlüssel? Schlüssel. Und ich brauche mal Lufi an den Raumwissen, wo wir nicht durchkommen sind. Ah. Okay. Die Pop muss man auf den Hof holen, oder? Christus, lass mal den Fischkitzpunkt an. Lass mich! Mann! Warum? Das ist so eine blöde Schleife! Flo, da bist du Flo am Spiel. Ja. Ja. Von dem Raum. Was ist bei dem Müll drin? Alles ist jetzt anders. Muss ich so passen? Hanno ändert sich das ein bisschen an äh, wir kriegen Neugierig nachher. Aufhören. Was habe ich gesehen? Was habe ich gesagt? Nein! 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 Hänger dir! Bist du es wie der Fremdling? Niemand sonst kommt vorbei, um zu sehen, wie es mir geht. Was könnte es wohl sein? Eigentlich kommt es schon. Noch eine Ja! Ich wusste nicht mehr, wo ich sie liegen gelassen hatte. Alles wird so anders als in der vorherigen Welt. Schöne Gräufe. Ja! Es... Ist schwer zu erklären. Die Patienten, ich dachte, es wäre eine Art Massenhysterie. Die Tatsache, dass einige außerhalb dieser Mauern die gleichen Behauptungen aufstellten, bestätigte es für mich. Eine Art Psychosomatis haben. Ich dachte, sie kam im Schlaf zu mir. Ich konnte sie... Ich erwachte. Ich habe sie gesehen. Ich sah wie die anderen... Ich sah wie die anderen... Ich, 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 ich. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Kriege ich heute für neue Saison und für neue Sport. In der Tat. Wir haben Loca mal aufgekommen. Nein! Nein! Ja. Was wird jetzt warten? Was sind das? Schon logisch? Ob der Problem ist... Nein! Ich halte! Die Welt. Ich habe mir den Controller so fest gegen die Hand geschlagen, oder? Ja, weil ich hier nicht auf den Kitschlitz habe, ich mir echt nie gedacht. Ah, die Hand gebrochen, Mann. Warum legt ihr Stroh? Oh, hoi, hoi, hoi. Oh, das war das, ne? War das toll? Ah, das stimmt, Treppenhock. Ach so, was ist denn? Ja. Ich weiß nicht, wo ist die Kassette entgegen, oder? Du hattest bestäuert vor, Alter, ja. Oh, oh, oh. Was ist denn los? Ja. So, wie darf er jetzt los? Ich weiß nicht, wie kann ich mich nicht mehr machen. Oh, oh. Oh, oh. Ja, das ist fast. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Warte, weiter gehts. Ich hab keinen Platz. Ich hab keinen Platz. Hink mich ab. Oh, zack. Hast du das alles für Arme? Ja. Ich kann nichts mehr tragen. Ich kann nichts mehr tragen. Ich kann nichts mehr tragen. Ist sie bei dir? Oh, wer ist das? Ähm, nein, ich kann nicht mehr durchgehen. Das war... Ich dachte, ich könnte nicht mehr durchgehen. Ich muss noch mal... Oh! Wir müssen noch mal eine Kelle, ne? Im Haus sehe ich schon eine Kelle. Alles in Ordnung bei euch? Lass mich doch, du dumme... Oh, shit, da drüben. Die Schleswörter schälen, ne? Die Lupe hast du. Mach sie. Ey, sie lässt mich fallen. Was ist das? Vielleicht geht das so praktisch. Weiß nicht mehr. Nein, sie legt dich bei mir. In der Hoffnung, dass du zu mir kommst. Oh, Gott. Ja, 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 ja. Nein! Nein. Nein, nein. Du möchtest ein weiteres Mal mit mir reden? Damit du es weißt. Ich habe wirklich... Ja, ja, ja. Hast du... Eine weitere... Was? Ich komm hoch. Ich komm hoch. Geschafft. Sie lässt mich hoch alleine. Sie alle vereint zu sehen. Sie sind... Der kleine Korni... Bin hoch, bin hoch, bin hoch. Nein, das ist creepy. Der kleine... Ich schätze, das ergibt wenig Sinn. Aber daran versuchte ich... Noch mal ganz Zeit bei mir. Jean! Jean! Ich weiß... Und es fühlt sich nach der Nacht wie bei... Natürlich. Ah, ich bin unten. Nun gut. Moment. Bist du... Wenn du... Kannst benutzen... Lobaig, Himhalen... Scheiße, Scheiße. Sie sind Planens rausgekommen bei mir. Warte, ich bin oben mit ihr. Wieso? Blüde. Warte, 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 warte. Herz. Bitte lasst sie mich in Ruhe, junge Dame. Bitte lassen sie mich. Ich muss sagen, zahlgern und jüte mich doch auch gut zu. Aber sie werden mich hocken. Ja, seitdem es ging ich nie mehr tun. Ich lässt mich fallen. Bin ich eingenickt? Wovon mal das hört? Ähm, wüscht die dir in Englisch. Was hätte ich denn tun sollen? Ich will mich nicht hocken. Ich farmt. Ich gehöre nicht hierher. Oder? Nimmst du dann hoch? Hm. Viel Lobby ringen, toll. Hase, danke für die Hilfsdage. Ja. Ich soll mich endlich hocken. Ja, endlich. Ich soll mich nicht erinnern. Ich soll mich nicht erinnern. Oh mein Gott! Du kommst nicht raus! Es ist kein Platz mehr! Garn! Du stüllst so laut? Nein, nach 10 Minuten dann gibt man den Bad. Garn! Garn! Ah, Zeit für einander. Jetzt noch Punktefarmen, der Hund! Ich habe heute Kapitel gewonnen Geld. Was? Ich habe heute Kapitel gewonnen Geld im Spiel. Na? Ich war Wuscht. Wuscht? Marcel, ich habe gerade in deinen Stream geguckt und ich dachte so, what the fuck? Aber ehrlich? Ich war immer ganz nervös beim Spielen. Oh, warum bin ich bei einem Checkpoint? Ich sehe nicht, ob es gut ist. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, es weiß, egal. Zum Schluss. Merci. Was ist das für einen Stück trinken? Ich habe nicht mehr... Wenn du ein Stück trinken kannst und ich heute schenke es nicht. Ou nah, was denn ? Ich war so. Ich bin so spät nach Hause. Und da muss ich noch den ganzen Scheiß machen. Ich bin wegen der Geld Twilight. Die können sich abfluchen. Was denn? Das ist doch. Man muss doch ab gelaufen kommen und wieder zuvor zurück. Aber das sieht man noch gar nicht. Man sieht doch nur bis zum Beispiel einfach noch die Fahrräume. Ich zieh eh, ich zieh eh, ich zieh eh das Gäntchen an. Wir sind halt beim Cream Capture. Holy shit! Boah, Micha, ich musste noch was voll cooles zeigen. Faszinierend. Es scheint, dass diese verdrehte Welt noch stets voller Überraschungen ist. Ich begrüße dich also und heiße dich im Reich der Fae willkommen. Oder was davon übrig geblieben ist. Ich bin Nimue, Handwerkerin, Seherin, Göttin der Fae und Beraterin des einzig wahren Königs. Das jedenfalls war ich das. Dennoch ist es meine Gabe, zu sehen, was nicht zu sehen ist. Und zu schmieden, was nicht geschmiedet werden kann. Ja, ich darf es aber wieder wissen. Was? 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 Jetzt sag mir nicht, dass das ober-mega-cool ist. Was? Ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Ja, sie kommt mir bekannt vor. Ich habe diese Clementine vielleicht in Träumen und Visionen gesehen. Ja, Marcel. Ich habe sie in einem Königreich von großer Autorität gesehen. Ich habe sie in einem Königreich von großer Autorität gesehen. Mit voller König und Möglichkeiten wahr. Aber ich erkenne es nicht. Und kann den Weg nicht finden. Nicht hier. Nicht so, wie die Dinge sind. Oh shit. Du bist noch die einzige Seele, die Antworten sucht. Shit. Ich Idiot. Was? Was ist denn da? Was ist denn da? Okay. Oh fuck. Du bist als goldige Kennzeichen. So und nicht anders. Der Duft ist an dir. Wenn sie dich findest, ich kann dich in ihr Jagdgebiet bringen. Das ist die einzige Hilfe, die ich dir anbiete. Marcel, spielst du jetzt mal ein bisschen. Und wenn es dir mehr Probleme als Hilfe bringen wird. Ich gehe mir ansiedeln. Es wird ein Ort von unermesslichem Kummer und Leid sein. Marcel. Spielst du mehr ein bisschen. Jetzt. Dann gucken wir uns das jetzt an. Doch, Michael. Mott ist sauerbar. Hey. Naja. Es ist aber lustig. Es ist aber lustig. Es geht nicht. Aber es ist... Okay. Du sagst die Scheine, wenn die ekeligen Busplatz sind. Hallo. Hallo. Ja, ich spreche. Hier? Hier ist die Nachfolge. Nein. Nein. Sie sind dort. Sie sind mit Mott kommen heuer am Feld. Wann ist sie gestört? Ja, doch schlecht. Ach, feiert. Wie geht es? Was machst du denn? Touch the stone? Ja. Merci. See. Hey, die Mom wird erzählen. Was machst du denn? Mann. Wir sind nicht hier, um dir zu... wie du f***ing Nachrichten hast. Versucht Muppes. Dimmst. Ach. Dimmst. 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 Du bist nicht. Dimmst. Dimmst. Entschuldigung. Dimmst. Dimmst. Oh, du bist nicht mehr. Was ist denn da? Bis denn da? Lass auf Marcel, ich geh dann total weit Ich komm schon da, wir gucken jetzt schon Nein, Lass auf Wow, die Pussy läuft sehr früh Ich habe Angst vor dem Servieren Vergriffen? Ja, da bin ich im Servieren Ja Deine Rüstung sind da so schnupf Da hat er so recht verstoppte Rüstung, die er schlupf Machst du? Und plüß? Probier Marcel zu Was ist das? Ich hätte echt den Controller gegen meine Haftgedacht schon sollen Ich hätte echt den Controller gegen meine Haftgedacht schon sollen Hm? Ich habe den Controller gegen meine Haftgedacht Ich habe den Controller gegen meine Haftgedacht Ich habe den Controller gegen meine Haftgedacht Ich muss den Controller gegen meine Haftgedacht Oh, ich habe den Controller gegen meine Haftgedacht Das war die Haftgedacht Was ist das denn? Was ist das? das ist nicht gut da können wir Da will noch einen los, nach dem Weg zu ihm. War geplant, aber ich habe vergessen, dass ich ja mal ultra spät geworden bin. Und ich mach eh nur ultra spät. Oh, das ist so bumm. Nachladen! Ich habe zwei. Ja, ich habe noch mal. Ich habe noch mal. Ich habe noch mal. Oh, ich habe noch mal. Wie man... Aber komm, bin du! Alter, du bist du? Ich habe heute mal zugeguckt, nach München. Und, ähm, sie sind eigentlich echt. ich habe wo wir scheiß der Mann das ist nicht bei dir schlafen kann Auch ich schuld, Lothel. Ich bin so gewöhnt, dass du hier bist, ich wollte sagen, weißt du, ich auch rieche, weißt du? Ich glaube, ich glaube, es ist immer noch da. Ja, das ist doch okay. Oh, ne? Was? Was? Ja. Was ist denn da? Was ist denn da? Ach ja. Aber hier vermisst jemand dich noch. Oh nein, das sind die Jäger rein. Und wo ist die Jäger? Äh, ich weiß wohl. Was? Davon habe ich genug. Was? Angesammelte Munition. Was sind die Relikten, du? Wann meine ich, hab du mal da? Warte Relikten, um aus 14 Upgrades zu machen. Ah. Oh. Ja, aber hier ist dann vielleicht schon so gemeint, als Hyper Mac war. Hier ist dann noch ein Küschteuer, Mac. Kannst du Hyper auch Hallo sagen? Nein, mir? Ja. Da guck dich nicht einmal. Ja. Ja. Dann gehen wir mal den... Was ist da, jo? Hm? 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 Hm. Hm? Wenn alle den Schatz aufmachen sollen... Letzte Kugel! Hey, komm zurück! Ich hab ne Frage! Das ist doch kein Kugeler mehr! Ja? Ich hab kein Kugeler mehr! Trotzdem... ...den Chat irgendwie spielt? No! Schmarrn, tu ja! Ja! Ich probier den Twitzen an! Ja, ich darf! Probier durch die Helle, weil der hat Feuer gekillt durch das! Ach, der hat mich durch den Mauer gerufen! Ja, der hat sich gefördert! Zerkillt mich, zerkillt mich! No! Was ist denn? Ja! F***! F***! Mauerja! He! Come on, du hättest nach der Dritte gemacht! Ich bin in Schwierigkeiten! Ja! Ich bin in Schwierigkeiten! Doch nicht! Wie findest du die Kille, Mann? Ah, wir hatten ein paar... Ja! Wir hatten uns ein bisschen dumm gestorben! Bereit machen! Ich werde direkt mit dem Laser öffnen. Warte, wir machen eine gewisse Fähigkeit, gell? Ja. Warte, wir schießen einfach drauf und aktivieren sie direkt. Okay. Gehen wir drauf an! Was ist das lange raus? Gehen wir an! Gehen wir an! Gehen wir an! Gehen wir an! Wie fandest du das aus? War ich schon. Mach! Ich möchte zwei Geld machen. Ja. Ja, ich bin okay. Okay, komm. Aber auch mit Check. Aber das geht. Ich weiß nicht, einer. Ich musste ob Potschießen oder ob Kerl. Nicht so weiter. Uhhh... Und hier ist niemand drin auf dem kleinen, Gehen wir an! Gehen wir das! Gehen wir das! Oh, das bin so einig! Einige Sekunden! Was ich heute gemacht habe? Ich bin zu jedem gelaufen und hab so gemacht. Ich bin zu jedem gelaufen und habe so gemacht. Ich habe jeden mal ein Foto. Achso! Hula, 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 Hula! Boah, jetzt habe ich mich gefehlt. Jetzt habe ich zwei Kuh irgendwie, ich habe keine Chance. Aber ich habe mich gefehlt. Es ist noch falschen. Hm, danke. Okay, danke. Nein, ich habe mich gefehlt. Achso! Was? Ja. Oh, das ist ein LOK der Tieren. Oh, das ist ein Glück! Er hat ja abgebrochen, er ist so, dass du da drüben geschlagen hast, weißt du noch? Ja, nein. Oh! Puh! Nur war pickig, und wie hatte ich den noch reingemacht? Deswegen, der Tag war schon heftig. Ja. Wurde er ja in jeder Ecke da schreckt. Du rückst, dass den direkt durch Spur gegangen ist. Ja, das ist doch nicht fair. Ja! Jetzt weißt du, m magnetic! Wie ist das? Ja. Ja. Ja, man muss es... Ja. Ja. Töte. So. Okay? Okay. Ah, ein Mopfer. Geht durch. Willst du noch weiter, oder was? Ja.